Willkommen in unserer Lorelei Villa. Ich bin Frieda. Ich freue mich sehr auf Ihnen unsere wunderschöne Refugio am Hain vorzustellen. Eingebettet im Herzen der historischen Lorelei-Region, unsere Lorelei-Villa bietet acht moderne Gästezimmer mit atemberaubendem Blick auf den Hain, die Burgen und Weinberge. Entspannen Sie unsere großzügige Terrasse und erkommen Sie den Radium direkt am Hain. Perfekt für romantische Ausflüge, Firmen, Veranstaltungen und mehr. Für geschäftliche Anlässer verbaut sich unser 90 Quadratmeter Lounge mit direkten Reihenblick in einen modernen Konferenzraum. Nach einem erfolgreichen Tag könnten Sie in unserem Luxus-Sauna entspannen. Wir sehen nur einen kurzen Spaziergang vom Baumhofenfeld mit schneller Anwendung am Frankfurt-Liesbaden-Koblenz-Unterkirchen und bieten sechs private Parkplätze für Ihr Komfort. Kontaktieren Sie uns. Ich freue mich sehr darauf, Sie persönlich willkommen zu heißen und gemeinsam Partnerschaften zu erkunden. Herzlichen Dank und bis bald! Suhe ... Raub ... prophet ... Die Musik ... Sie wissen, Même Steven ...